Ähm, aber das, ja, interessiert ihn nicht. Wie viele Leute, die auch gestorben sind schon. Alex! General Alex! Ich hatte wohl doch recht mit meiner Einschätzung, dass ihr eine würdige Kriegerin seid. Ich habe von Hauptmann Mitox Gutes über eure Taten gehört und die Nachricht von eurem Heldentum ist schon bis Flussheim vorgedrungen. Seufz. Wenn sich doch nur die Fehler in der Schlacht so schnell verbreiten würden... Fehler? Achso, wie die Gerüchte. Die Berichte über eure Heldentaten sind schon an Janus' Ohr gedrungen. Er lädt euch... Ah, Burg Eisenfaust sein. Hier, nehmt ihr ein. Lass schreiben. Och, nee. Okay, also das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, um zu unserem Freund Janus zu gelangen. Jetzt fehlt mir tatsächlich noch... Äh, Dings. Zander, du sagst, dass ich schnell meine Sachen packen und mich mit ihm beim Gasthaus zum Zwergbrot im Flussheim treffen soll. Ein nahegelegenes Lager verschwundenen Waren. Maja töten, das mache ich nicht. Ein kleines Mädchen... Achso, das ist das mit der Katze. Flasche Wein. An den Händler Antrabert verkauft, der momentan im Gasthaus zum Edelmann aufhält. Okay, wir müssen also zum Gasthaus zum Edelmann. Oh Gott, jetzt muss ich erst mal überlegen, wo war denn Gasthaus zum Edelmann? Das ist Zwergbrot. Edelmann ist dann das in Flussheim. Äh, in Werdistes. Okay, dann gehen wir... Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt Zanderlor treffe, dass... Ne, obwohl, das ist ja Quatsch. Wer ist denn hier los? Dass die Main-Lore irgendwie zu Ende ist, aber Quatsch. Äh, die ganzen Nebenquests. Sag mal, wo laufe ich denn eigentlich hin? Das ist ja komplett falsch. Ja. Hier sind wir richtig. So, Zandi. Oh. Okay, danke. So, ich hoffe, dass er noch da ist. Ach Gott, jetzt kommt jetzt mal der zweite... Der dritte Typ, ne? Ja, mir fällt übrigens wieder ein, warum ich... Ja. Hier ist... Ja, er steht ja davor. Und wartet auf uns, ne? Auf unsere Abfahrt. Ja, 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 okay, wir... Machen wir jetzt hier weiter? Ah, was haben wir denn noch? Warte mal, ganz kurz. Ich würde gerne noch in Richtung... Verfluchte Abtei vorher gehen. Und gucken, ob ich das mittlerweile hinkriege. So, das Schöne ist, wir spawnen ja direkt... In der Mitte der Abtei. Und werden gleich... Ja, komm. Ach, wie wunderbar. Okay, also wir haben definitiv eine Chance. Ich weiß gar nicht, auf was ich hier überhaupt achten soll. Alter, 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 alter! Boah, alter, fickt euch. Und jetzt kommt noch der Knecht dazu. Alter, Schwede. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt ist der Licht am Arsch. Also ich bin am Arsch. So, so fort ihr... Hier gegen den habe ich immer noch gar keine Chance. So, können wir uns mal wieder beruhigen? Als allererstes... Äh... Ditter... Und... Ditter... So. Und... Alter Schweder. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Wat ne Begrüßung. Ich glaube ich habe erstmal den Hauptraum. Leer, oder? Jetzt habe ich den Hauptraum leer. Was soll ich hier machen? Okay. Äh. Das kann ich nicht verwenden. Nene, du sollst ja eigentlich nur durchlaufen. Oh, ich habe auch keine Ausdauer mehr. Hä? Oh, ist die Ausdauer auf Null. Oh, ich verbrauche Ausdauer hier an dem Ding. Also ich muss auf jeden Fall hier nach unten. Scheiße Alter, das wird so bitter werden jetzt hier. Löse die Fallen aus, mein Freund. Oh mein Gott. Was zum Teufel ist denn das hier? Okay, ich kann hier... Doch, da kann ich den Zauber wirken. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was denn jetzt? nein 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 oh mein gott endlich fucking hell wo bin ich denn hier gelandet ich will hier nicht sein oh 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 mein Gott. Endlich wieder Ruhe. Alter. Was zum Teufel? Wo zum Henker bin ich hier? Und warum zieht es mir eigentlich so viel Energie ab? Das ist ja Wahnsinn. Ähm. Herrlich. Jetzt nehme ich die Skelette. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Äh, habe ich den noch irgendwo? Warnertränke habe ich auch gar nicht mehr misslungen. Na super. Gut, da komme ich nicht durch. Mann, ich brauche unbedingt meine scheiß Pyramiden wieder von diesem Kack-Impf. Wo ist denn der Vogel? Kann ja nicht sein. Okay. Okay, das muss der Schlüssel für diese Tür hier sein. Die Tür ist verschlossen. Wenn ich den Ernst, Ernst hab. Ah. Misslungen? Misslungen? Gibt's doch nicht. Warte mal, ist das der Schlüssel für da unten? Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Immerhin gibt es schon mal keine Fallen mehr. Ich sehe auf jeden Fall massiv viele Gegner hinter der Tür. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Nope. That's the wrong key. Wofür ist dieser Schlüssel? Ähm. Ernsthaft, das war's? Die Tür ist verschlossen. Okay. 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 Versteh ich nicht. Okay. Also ich mein, gut. Jetzt hab ich mich hier einmal komplett durchge... ...ge... ...kämpft. Ich hoffe, ich hab alle Fallen ausgelöst. Oh, da läuft schon wieder der Typ rum. Ach, hier ist ja auch noch ne Tür. Ah, dann können wir uns das hier auch schon mal sparen. Regenerier ich jetzt? Wieso hab ich denn... Wieso regenerier ich denn keine Ausdauer mehr? Da ist das fachbar. Ach... Na komm. Geht's dir. Hau drauf. ich bin aber nicht überladen ansatzweise nicht überladen so sagen wir hier dieser komische helm blitz und geist 110 magie und sicht 130 gewandtheit und sicht aber es machte gewandtheit noch mal ich habe vergessen ach ja hier sind beide zwölf dann behalten wir den mit der gewandtheit denn wenn wir ehrlich sind ich zauber eigentlich ja nur noch um mich zu heilen außer wenn es ganz eng wird dann ja ich halt auch noch mal anders logisch gibt es hier noch irgendwas von den fressen ja soll irgendwelche anderen sachen ich weiß immer noch nicht warum ich hier bin abenteuer von pirat omar schichten barbara rosa nähe ich bin ich bin ganz sicher was ich hier mache diese tür ist fester verschlossen als die bierkasse eines zwergs da ist ein schlüssel das gefäß scheint verschlossen zu sein alter nice wenn das ding mal ein zug hätte neue waffe aber so nein okay wir haben einen weiteren schlüssel gefunden das ist mir jetzt so blöd gerade das ist ja das hier für irgendwo sie abwärts mal wieder so run baby run welche tür lässt sich öffnen ich schätze die untere diese tür ist fester verschlossen als die bierkasse eines zwergs ich wette die lässt sich öffnen die tür ist verschlossen das ist nicht dein ernst scheiße alter ich finde 700 schlüssel und keiner passt hier unten okay also müssen wir entweder zurückkommen wenn wir genug äh schlossknack skills haben oder wir finden halt noch mehr schlüssel aber für was habe ich denn jetzt die schlüssel also ich werde ja irgendwas damit öffnen können alles so im eimer äh fahren wir kurz durch top ja die schlüssel müssen dann für unten irgendwie sein die kann ja auch gar nichts machen okay branche also wir müssen eh raus einfach mal nur so testweise okay ich habe gedacht ähm sie sind wieder alle da warum habe ich keine mana mehr äh keine ausdauer das ist das kann doch nur ein fehler sein warum regeneriere ich denn gerade keine ausdauer ey broody äh angebot äh ich könnte mich aber nicht heilen ne ach Gott wer konnte mich denn heilen ich weiß wer mich heilen kann das ist aber ein sehr weiter weg gibt leider auch keine abkürzung tadeos mardaneos nee tadeos mardaneos mardaneos wie ist er denn mardaneos oder glaube ich ja das schlimm ist ich muss den ganzen weg auch wieder zurücklaufen mardaneos mein freund könnt ihr mich könnt ihr mich heilen hallo so Schwierigkeit mit der Quelle würde ich mir berichten was ich hier rausgekommen ja nichts eine erst da habe ich irgendwas angelegt kann sein dass das ding rüstung äh ausdauer frisst hab ich nicht irgendwie hab ich irgendeinen fluch auf mir oder was freie resistenz interessiert mich nicht normale haltung neutral 15 okay keine ahnung ähm okay gesundheit regeneriert das ist super warum regeneriert meine ausdauer nicht mehr anders warum frisst die ausdauer wir sind im helm ganz ehrlich ich lege mal alles ganz kurz ab muss mir nur merken was ich dann habe so so warum ist meine ausdauer auf null ich verstehe es nicht warum ist es denn gerade so schlimm ich hab kein ich hab ich weiß nicht an was es liegt nur so testweise warum warum fresse ich denn ausdauer warum ich auch in was für einer rate das gibt es doch nicht ich hab keine ahnung okay ähm tja ich würde sagen ich mache erst mal Schluss das nervt mich gerade ein bisschen dass hier irgendwas verkehrt ist ich werde es rausfinden oder ich werde das letzte play beenden ne also mal gucken es muss ja irgendeine lösung dafür geben kann ja nicht einfach sein dass ich jetzt nie wieder ausdauer habe in meinem leben weil irgendwas verpackt ist hoffe ich ähm ja gut dann machen wir erst mal Schluss sehen uns ähm auf die Uhr ja montag werden 2 3 25 erfolgen ähm montag sehen wir uns dann wieder zur nächsten folge die wine die winnie tea also hoffe ich ähm und ich hoffe dass ich bis dahin auch des löstels äh des löstels rätsel habe des rätsel löstel okay 1 196 sogar noch bisschen kriege ich dafür noch ähm bringt mir trotzdem keine Ausdauer zurück das ist nicht schön ja egal so habt ein schönes Wochenende wir sehen uns alle wieder morgen übermorgen oder die wine die mäßig ammo ich würde mich ja gerne hier einmal rum schnitzeln aber ich habe keinen Bock das im äh im Schleichschritt zu machen ja egal so auf Wiedersehen wir sehen uns